Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juni 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf und ganz herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder, die im Juni ihr Wiegenfest feiern. Die Sterne stehen gut für Partys. Wenn ihr feiern wollt, werdet ihr auf eure Kosten kommen. Der Monat ist außerdem toll für unkomplizierte Flirts und wenn ihr im Juni verreist, könnt ihr eine Urlaubsliebe finden. Falls ihr euch ein Geburtstagshoroskop mit den Tendenzen für euer neues Lebensjahr gönnen wollt, könnt ihr euch gerne für eine Geburtstagsberatung bei mir melden. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. In meiner Verlosung gibt es diesmal die Uranusberatung zu gewinnen. Da geht es darum, wie der Wind des Wandels durch euer Horoskop weht. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Zum Eintritt von Uranus in den Stier gibt es auch ein neues Special von mir, Wind des Wandels, mit einem besonderen Beratungsgeschenk. Das solltet ihr euch anschauen. Und jetzt kommen wir zu den Tendenzen im Juni für euch. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Das gibt es als Video oder auch als Buch zum Nachlesen. Zu Beginn des Monats steht ja die Sonne noch in eurem Zeichen und der Merkur steht auch dabei und das fühlt sich einfach frisch und vital an. Auch euer Herrscherplanet Merkur, wie gesagt, ist mit dabei und das sorgt für viele Kontakte und Gespräche. Und selbst wenn ihr keine große Geburtstagsparty feiert, werden sich viele Leute bei euch melden. Aber ihr habt so viel Schwung und seid so unternehmungslustig, dass ihr bestimmt schon viele Pläne für den Monat habt. Eine Sommerreise würde auch unter guten Sternen stehen. Außerdem beginnt der Monat auch mit guten Finanzsternen. Ihr bekommt bestimmt etwas Wertvolles zum Geburtstag geschenkt oder ihr könnt einen beruflichen Erfolg verbuchen, der euch auch Geld bringt. In der ersten Woche solltet ihr euch allerdings Zusagen auch schriftlich geben lassen und Verhandlungsergebnisse nochmal per E-Mail bestätigen. Sonst kann es da zu einem Rückzieher kommen oder jemand redet sich drauf raus, dass ihr das irgendwie missverstanden habt. Am 13. Juni ist dann der Neumond im Zeichen Zwillinge und wenn ihr da Geburtstag habt, dann könnt ihr in dem neuen Lebensjahr viele neue Vorhaben umsetzen. Aber für alle Zwillinge gilt, dass sie die Neumond-Meditation nutzen sollten, um über ihr neues Lebensjahr nachzudenken, was sie vorhaben, was sie dazulernen möchten und auch was sie sich für ihre Partnerschaft wünschen und was sie dafür selbst auch einbringen wollen. Am gleichen Tag geht auch die Venus ins Zeichen Löwe und der Merkur wechselt in den Krebs. Das ist ideal, um zu feiern, um nette Leute zu treffen und auch um sich zu verlieben. Aber ihr werdet feststellen, dass viele Menschen sehr empfindlich reagieren, wenn sie sich falsch angesprochen fühlen. Und ihr Zwillinge könnt ja manchmal eine recht scharfe Zunge haben. Also achtet ab der Monatsmitte besonders drauf, welche Wirkung eure Worte haben. Empathie ist gefragt. Es geht nicht nur darum, einen coolen Spruch zu machen, sondern auch, welche Gefühle das bei anderen auslöst. Andererseits könnt ihr natürlich mit den richtigen Worten jeden um den Finger wickeln, den ihr wollt. Liebesgeflüster und süße Liebesbotschaften, ob nun im persönlichen Austausch oder per Messenger oder WhatsApp. Dafür habt ihr jetzt wirklich ein Händchen. Die besten Partytage für euch sind Freitag, der 15. und Samstag, der 16. Juni. Ideal, um euren Geburtstag zu feiern. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass viele andere parallel auch eine Party feiern und deswegen manche Gäste einfach nicht können. Sprecht euch am besten frühzeitig mit den Leuten ab, auf die ihr wirklich Wert legt. Und wenn ihr mit anderen Zwillinge geborenen befreundet seid, könnt ihr in Erwägung ziehen, die Feten zusammenzulegen. Es kann gut sein, dass auf eurer Geburtstagsparty neue Beziehungen entstehen oder ihr euch selbst neu verliebt. Denn Venus und Mars, die Liebesplaneten, bilden eine sehr prickelnde Konstellation, die ihren Höhepunkt zur Sommer- Sonnenwende am 21. Juni hat. Sie läutet einen heißen Liebessommer ein. Und dabei gehört ihr zu denjenigen, die mehr Spaß und weniger Stress mit den Konstellationen haben, jedenfalls was euer Sternzeichen betrifft. Wenn ihr trotzdem in ein Liebesdesaster hineingeratet, dann habt ihr vielleicht andere schwierige Aspekte im Horoskop. Das können wir aber nur in einer persönlichen Beratung klären. Am 21. Juni verlässt die Sonne dann auch euer Zeichen und wandert um genau 12.07 Uhr mittags ins Zeichen Krebs. Die Liebesplaneten Venus und Mars stehen aber noch bis zum Monatsende sehr vorteilhaft zur Zwillinge-Sonne. Wenn ihr euch nicht selbst verliebt oder wenn ihr schon in einer glücklichen Beziehung seid, tretet ihr eventuell auch als Vermittler auf. Und durch euch lernen sich andere Leute kennen und verlieben sich. Und das ist ja auch nett. In der Nacht zum 27. Juni beginnt dann die Rückläufigkeitsphase von Mars, der aber währenddessen vorteilhaft zu eurem Sternzeichen steht. Sicherlich werdet ihr auch merken, dass an einigen Stellen der Schwung nachlässt und dass sich bestimmte Dinge in eurem Leben verlangsamen. Für euch kann es zum Beispiel eine Reise betreffen, die ihr euch vorgenommen hattet. Aber ihr überlegt es euch dann doch nochmal anders oder jemand, mit dem ihr zusammen verreisen wolltet, springt ab. Jedenfalls müsst auch ihr bis Ende August, wenn der Mars wieder direktläufig wird, damit rechnen, dass nicht alles so glatt läuft und so schnell geht, wie ihr es erwarten würdet. Trotzdem, für euch ist diese Konstellation nicht so stressig wie zum Beispiel für Stiere, Löwen, Skorpione oder auch Wassermanngeborene. Wenn ihr Partner aus diesen Zeichen habt, dann braucht ihr Geduld und Empathie, um diese zwei Monate gemeinsam durchzustehen. Wenn ihr als Berater oder Coach tätig seid, finden bestimmt viele verwirrte Klienten den Weg zu euch und ihr könnt ihnen dabei helfen, ihre Liebesangelegenheiten zu sortieren. Wenn ihr natürlich wie viele Zwillinge selbst Planeten im Stier oder Löwen habt, steht ihr vielleicht auch ein wenig unter kosmischem Stress. Dafür gibt es wie gesagt die persönliche Beratung, die Uranusberatung oder auch mein Webinar Antonias Sterne, da könnt ihr das dann herausfinden. Aber insgesamt denke ich, dass euch im Juni und in den Sommermonaten die Leichtigkeit des Seins so schnell nicht abhanden kommt. Das waren eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebes- oder Finanzsituation entwickelt, dann könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um zu erfahren, wo der Wind des Wandels mit Uranus durch euer Leben weht. Und darum geht es auch in meiner Verlosung. Ich verlose diesmal eine Uranusberatung und darin erfahrt ihr, welche aufregenden Veränderungen mit Uranus im Stier für euer Leben anstehen. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch unbedingt auch mein neues Special über Uranus an, Wind des Wandels. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch meine Videos über Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.